Ex-General Rhein-Ukrainische Armee hat strategische Vorteile gegenüber Moskau, der ehemalige General Rhein lobt die ukrainische Armee für ihre Lernfähigkeit und betont, dass Kiew strategische Vorteile gegenüber Moskau habe. Er fordert westliche Politiker auf, sich an der Kühnheit der ukrainischen Führung ein Beispiel zu nehmen. Obwohl die Unterstützung aus dem Westen nicht ausreichend sei, habe die Ukraine dennoch Trümpfe in der Hand, um sich gegen Russland zu behaupten. General Rhein betont die Bedeutung von Mut und Entschlossenheit in der politischen Führung und fordert eine stärkere Unterstützung für die Ukraine. Sein neues Buch wirft ein Licht auf die aktuellen geopolitischen Spannungen in Osteuropa und betont die Bedeutung einer starken und entschlossenen Führung in Zeiten der Krise. General Rhein hofft, dass seine Analyse dazu beiträgt, das Bewusstsein für die Situation in der Ukraine zu schärfen und eine solidarische Unterstützung seitens des Westens zu fördern. Untertitelung des ZDF, 2020